Liebe Brüder und Schwestern, Nachfolge Christi. Es gibt auch ein berühmtes Werk von Thomas von Kempen, das so heißt, Nachfolge Christi, was bedeutet das für uns? Eine Entscheidung, so wie Jesus sich entschieden hat, nach Jerusalem zu gehen, obwohl er weiß, was da auf ihn warten wird, dass er nicht Anerkennung, Lob, Unterstützung, Wohlwollen finden wird, obwohl es anfangs so ausgesehen hat. Er weiß, dass das Kreuz auf ihn wartet. Und Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich. Das haben wir in den letzten Sonntagen auch gehört. Ja, Nachfolge Christi ist immer mit Kreuz verbunden, aber nicht nur mit Kreuz, sondern auch mit Freude, mit Gnade, mit neuem Leben. Aber dennoch, wir dürfen dem Kreuz nicht ausweichen, denn durch das Kreuz hat Christus, der Sohn Gottes, uns erlöst, nicht als triumphierender Herrscher dieser Welt, sondern durch die Hingabe seines Lebens. Durch das Vergissen seines eigenen unschuldigen Blutes hat er uns reingewaschen von aller Schuld, hatte die Menschen freigekauft aus der Macht der Sünde und des Todes. Wenn wir auf den Propheten Elia schauen, in der ersten Lesung, es ist ja erstaunlich, wie bereitwillig er diesen Auftrag Gottes ausführt. Gott sagt zu ihm, setz einen Nachfolger ein und er protestiert nicht, so wie wir Menschen es gerne tun, einen anderen an meine Stelle, weil wir uns selber oft viel zu wichtig nehmen, unser Ich in den Mittelpunkt stellen, nicht den Plan Gottes, nicht seinen Willen, nicht seine Heilspläne. Der Prophet Elia, er führt bereitwillig aus, was Gott ihm aufgetragen hat, setzt Elia ein und Elia erlässt sich berufen, er lässt sich in den Dienst nehmen. Er gibt alles hin, lässt alles zurück und folgt Elia nach. Und Jesus sagt im Evangelium, keiner, der die Hand an den Pflug legt und auch nurmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Zurückschauen, ja, worauf schauen wir gern zurück? Auf das, was wir verlassen haben, was wir vielleicht verloren haben. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir auf Jesus schauen und dass wir erkennen, was Gott uns schenkt in der Nachfolge Jesu. dass wir ja viel reicher beschenkt werden, viel mehr bekommen, als das, was wir da zurücklassen und hingeben. Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit. Gebt, es wird euch gegeben werden, überreich werdet ihr beschenkt werden. Nein, wir kommen nicht zu kurz, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir Gottes Geist in uns wirken lassen, wenn wir ihn aufnehmen in unser Herz, dann erkennen wir, wie reich wir beschenkt werden durch Christus, durch Gott selbst. Wir sind ja Kinder Gottes. Der Vater im Himmel liebt uns ja mit einer unermesslichen Liebe und er möchte uns ja nicht unglücklich und arm machen, sondern reich und glücklich und froh. Jesus gibt alles hin, damit wir wieder neu Gott erkennen, damit wir wieder neu hinfinden zum Vater. Er, wie es in der Schrift heißt, wird arm, um uns durch seine Armut reich zu machen. Die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann, sagt Jesus. Er verlässt sein Haus in Nazareth, seine Sicherheiten, um das Evangelium zu verkünden, die frohe Botschaft. Ja, auf Jesus dürfen wir vertrauen. Wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir auf sein Wort hören, dann wird Gott für uns sorgen. Er wird unser Herz mit Freude, mit Frieden, mit Liebe erfüllen, mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir nicht dem Fleisch folgen, nicht das suchen, was des Fleisches ist, dass wir nicht unser eigenes Ich in den Mittelpunkt stellen, dass wir unseren Egoismus besiegen, unsere Eitelkeit, unseren Stolz, unsere Ruhm und Ehrsucht, dass wir nicht das Materielle über das Geistige stellen, dass wir Gott in unserem Leben Gott sein lassen, dass er der Mittelpunkt unseres Denkens, unseres Redens, unseres Handelns wird. Ja, schauen wir hin, auch auf die Gottesmutter Maria. Sie hat Ja gesagt zum Plan Gottes. Sie hat Ja gesagt zum Leiden in der Nachfolge Jesu. Sie hat Ja gesagt zum Kreuz, aber nicht nur zum Kreuz, sondern auch ein gläubiges Ja, Ja zu dieser Überwindung des Todes. Sie hat geglaubt, dass Jesus nicht im Tod bleibt, sondern dass er auferstehen wird, weil er die Auferstehung und das Leben ist. Ja, bitten wir Maria, sie möge uns helfen, dass unser Glaube stark wird, dass unser Glaube fest wird, dass unsere Liebe wächst, damit wir fest und unerschütterlich auf Jesus vertrauen, damit wir nicht mit Gewalt die eigenen Pläne durchsetzen wollen, sondern damit wir auf die Heilspläne Gottes vertrauen. Diese Heilspläne, sie verwirklichen sich. Ja, Gottes Liebe, sie ist immer stärker als alle Lieblosigkeit. Gottes Wort, das Wahrheit ist, ist immer machtvoller als alle Lüge, als alle Irrtum. Ja, möge Jesus uns Gnade schenken, uns ermutigen, dass wir uns für ihn entscheiden, dass wir nicht rückwärts schauen, sondern hinschauen auf sein Kreuz, ja, hinschauen auf seine Verherrlichung, auf das Ziel unseres Lebens, auf den Himmel, auf das ewige Leben, das auf uns wartet. Ja, bitten wir den Heiligen Geist, der möge uns stärken, uns erleuchten und führen, damit wir unsere Berufung erkennen, damit wir sie als Christen in unserem Leben verwirklichen, damit wir diese Gaben Gottes, die Gott uns geschenkt hat, annehmen und zur Entfaltung bringen, zur Ehre Gottes und zum Heil unserer Mitmenschen. Amen.